Hallo Wir haben jetzt hier zu Star Wars Battlefront und das ist meine zweite Folge in eure wieviel? 150. 43. Doch die... Boah. Dropzone. Hammer, ne? Ich musste Spiel starten drücken, hab ich gerade gemerkt. Ja, ihr hört schon, der gute Tobi-Dator ist ja nicht da! Wir haben es ja damals schon vor, glaube ich, zwei Jahren angekündigt, dass wir... Ey, da ist er, guck mal hier. Tobi drückt mal F2. Ey, warte, F2. Was passiert da? Bro-Fist, Mann. So, Bro-Fist. Warum bist du eine Frau? Weil ich immer eine Frau... Ey, du bist auch eine Frau bei mir. Alter! Eifig, du tot! Ja, geil. Betty Boy, weißt du, ausgerechnet Betty Boy. Finde ich doch schon wieder ausrasten, ey. Ja, auf jeden Fall, der Tobi-Naro ist dabei und der Bronz-Ziviert! Äh, und schöne Grüße an alle Zuschauer bei dem Tobi auf der Kinei. Ja, das freut mich natürlich auch, dass er da angeschaltet hat. Obwohl ihr euch anfallen wollt. Ich freu mich auf jeden Fall, dass der Tobi sich heute auch mal die Zeit gemacht hat. Wir haben K. gemacht, Mann. Hammer, Tobi, Hammer! Alter, was geht? Hat noch ein Kill gemacht, Mann. Boah, scheiße. Jetzt geht's los, Mann. Hey, Bronz. Jo, Kill hat gestaucht. Nice, Bronz, nice. Bronz, nice. Bronz, nice. Bronz, nice. Bronz, ey. Oh, ey, Tobi. Bronz. Schön mal mit Tobi zu spielen, Leute, hier. Ja, Bronz, ey. Hallo, Bronz. Hallo, Tobi. Ja, Dennis, ey. Das ist doch mal zocken. Ja, Tobi, ey. Ja, Tobi, ey. Nimm mal ein, hier, die Kiste da. Aber geil. Nimm mal den einen, ey. Der ist schon eingelungen. Ach so. Nimm so ne geile Grafik gesehen, Mann. Ein Game. Hä? Hä? Der läuft da einfach da vor meine Granate, ey. Wer denn? Ja, so ein Kollege. Und dann fliegt die direkt zu mir zurück und ich sterbe. Ja, das ist Karma, mein Freund. Alter, ey. Wie ich zum gegeben habe, ey. Boah. Stark. So. Ne, die ganze Zeit wieder so hin und her läuft, Alter. Boah, oh. Alter. Boah. Wenn der Tobi auf Toilette geht, pfeffert der in den Augen, also da rein. So sieht dann der Kanalisation in Darmstadt immer aus, ey. Boah. Boah. Hinter uns, Tobi. Oh, ja, hinter uns. What? Ich bin aber rasch da weggespawnt, ey. Ey, die sehen aus wie die Kuckuckskladen, Alter. Ist echt so, ey. Was macht man ab, dann? Ist das nur ein Zufall? Ich glaube nicht. Ey, wieso habe ich so einen guten Partner? Warte mal. Partner auswählen. Tobi. Bitte. Wenn das annehmen. Ja. Wunderschön. Nein. Geh doch weg, Mann. Alter, was ist denn hier los? Keine Chance, Alter. Du kannst aber auch mal ne Sternkarte übernehmen, Tobi. Ne? Dann hast du Jetpack und alles. Ja. Okay. Find ich ganz gut immer zum Testen, diese Möglichkeit. Ja. Was ist aber... Das ist kostenlos, ne? Bei Battle... Ja, eben. Ich bin tot, Mann. Tobi, das ist Karma, Mann. Was ich bei Battlefalle aber sehr schade finde, ist, dass es kein Squad-System gibt. Ja, das ist ein bisschen behindert, ja. Das stimmt. Bei Battlefield. Aber hätte ich jetzt auch noch ein Squad-System gemacht, dann hätten wir ein Squad-System genannt, dann wären die ganzen Battlefield-Fans wieder ausgerastet. Ja. Die hätten das lieber... Alles nachgemacht. Ja, genau. So, wir haben jetzt eins eingestellt. Das sind ja immer sieben Minuten. Amalaya. Und deswegen... Aber ich finde diese... Guck mal, wie das aussieht hier teilweise, ne? Das ist schon geil. Dank meinem PC von Hightech-Computer, das kann ich natürlich auch gut für HD-Spielen. Echt nicht. Ihr müsst rein. Geil, Mann. Hilfe, dir jetzt! Hilfe, dir jetzt! Hilfe, dir jetzt! Wiederbelebt mich. Das geht ja gar nicht. Du wirst auch wie von der Seite kommen, ey. Von vorne ist scheiße. Bitte was? Konzipiert. Flankieren! Ja, ich bin jetzt hier drinnen. 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 Ach, der Bellin-Himmer. So. Ja. Der Bronzo reflutet gerade Brezza's für Science-Raming-Ambil. Haha. Das ist das Science-Thema. So läuft sie den Rieb-Spiel-Stories mit Pornos einfach. Boah, das wird mich schon voll abgehen. Fangen mal die Leute von Gamona.de. Ja, auern auf, ey. Ich glaub, die Seite gehst du's auch noch noch ticken die ganze Zeit überall. Ja. Echt doch normal. Also wenn Planage nicht mehr so läuft, ne? Weiß Bescheid. Nee, wir machen lieber BB in Use. So. Ah man, also wir betempten das mega geil. Ach komm, Alter. Du musst mal ne andere Waffe nehmen, dann geht's doch nicht mehr weiter, Ben. Welcher ist denn da? Da kommt eine Pistole, aber die ist eigentlich nicht schlecht. Ja, aber nur auf ganz nahe Distanz. Aber die Pistole, die erste ist nicht so geil. Nee, ich weiß nicht, das ist die erste. Ich glaub, es... Wie ihr seht, liebe Freunde, gibt es ja... Battle of Jakku, das ist ja der erste, die ist... Na unten, da unten. Nude 7. Alter, was ist hier los? Ja, das sind so viele, Mann. Okay, ich bin direkt bei einem Pott. Ja, ich bin tot. Hilfe, Freunde, Hilfe! Wo seid ihr? Boah, shit. Ich mach mal kurz, ich mach mal kurz safe in Deckung gegen hier. Der riecht uns einer zum Laufen. Wann ist der? Geh, sie kommen, sie kommen. Boah, Alter, kommt der da rein gerasht, ey. Boah. Wir haben den, aber wir haben den, wir haben den nicht. Äh, der DH-17 Blaster, ne? Au, Alter, komm mal, ey, das kann doch nicht sein, weißt du? Weißt du, was das... Das kann doch nicht sein, so game. Weißt du, was das krasseste ist, äh, bei Battlefront, was richtig auch richtig ist, ähm... Ich glaube, Level 18 oder 19, heißt es, Schwerfeuer heißt es, und dann schießt du Granaten 3 Stück auf einmal, also, das ist so. Alter. Ja, als wären die Granaten nicht so schon übertrieben, ne? Kann man ja noch mal 3 auf einmal werfen, ne? Das ist doch nicht wahr, Alter, tost ihn, Mann. Also, das ist so, wie, wie, wie so ein Granatwerper, weißt du? Naja. Ich warte schon, die ganze Zeit, dass ich den Kriege ballern. Ja, klar, Alter! Ja, wo seid ihr denn, ey? Ich habe euch nie einmal gesehen in game. Wir rennen von dir weg, bei uns. Wir rennen von dir weg. Ja, ich merke das schon, ne? Der Bell ist der, der die ganze Zeit mit einer Aldi-Tüte da rumläuft. Ah, da ist Tobi, ich helfe dir. Na, haupte Euro, haupte Euro? Ach, go, Alter, go! Geh mal prima, wenn du bist du. Wölfe, steh unter Feuer. Guck, die andere Seite, andere Seite. Ne. Okay, erst hast du, komm, wieder. Ja, ja, mal. Gerne, aber erst nach dem Spiel. Alter, schmeißt du da ein Ding, Alter. Ey, 2 zu 10, ich hatte die erste Folge, wo ich bin, auch, bin ich dabei. Ich folge, ja, aber das ist da, man... Die Leute haben den Level 280. Das ist genau das Problem. Das Ding ist, ich spiele wirklich viel Battlefront, weil es da wirklich viel. Ich bin jetzt erst Level 17, beziehungsweise fast 18, und ich frag mich, was die Leute machen, die nicht schon Level 40 sind. Ey, ich spiele nächtelang durch. Das gibt es, oder? Fast. Level 40, das gibt es, oder? Jetzt schmeißt du mir der Granate hin, Alter, komm! Ja, wir müssen uns mal irgendwie sammeln, ne? Hast du die Map aber hier auch, ich kann die nicht leiden. Ich mag die nicht. Pot, magst du nicht? Ne, ich mag die Map irgendwie nicht. Also jetzt in diesem Spielmodus hier, wo die Map so klein ist, ich mag die irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wobei, ich schnee eigentlich echt zu viel. Ich mag Schnee. Oh, Mann. Kennt da John Schnee? Ja, ja. Kommt der fünften Stoppel wieder zurück, oder? No's nothing, Mann. No's nothing. Oh, ich hab die Granate! Ja, Mann! Jo, nice, Tobi! Oh! Tobi! Wir haben den, Mann! Ja, ist Jungs! Okay, wir haben den Pod. Wir haben den. Weiß irgendwas? Links! Okay, 2-2 steht es jetzt. Wir haben noch zweieinhalb Minuten, Hammer. Okay, der nächste Pod kommt. Wo ist der? Wo ist der? Ah, die gerade war der Hammer. Die haben den schon, Alter. Naja. Aber der ist auch gut gespawnt bei denen wahrscheinlich. Ja. Also das ist, glaube ich, echt so, dass der immer beim Ding ist. Sehr gut, sehr gut. Super. Wir machen das hier sicher, aber 2-2 steht es. Okay, jetzt so 4-3 in der 2-2 ist aber gut, ja. Oh! 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 Ich nehme nur einen! Komm bald wieder! Du bist komplett aus dem Spiel, der ist komplett aus dem Spiel geflogen. Geil! Nee! Hahaha! Hat der denn den Sinn? Der ganze Rechner abgeschmiert, oder was? Wäre lustig, weil er gerade auf Werbung geht tatsächlich. Weil er gerade auf Werbung geht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, keine. Sehr schön. Die Profis. Da war ein Profisch am Werk. Jetzt war ein Tobi natürlich exklusiv Content. Ja klar. Exklusiv von Desktop. Nee, ich war... Weil, ihr könnt eh... Wir werden für Tobi in den Exklus spielen. Nee Dennis, ich bin da ja. Rein da, rein da! Wir müssen den hier saven, dann haben wir's gemacht. Boah! Alter, was kam mir denn da entgegen geflogen? Die volle Ladung, Mann. Okay, Ben. Wir müssen jetzt wie zwei Bros da eingehen. 3-2. Gerade neue Kapsel kommen. Wo denn? Und wenn wir die jetzt saven, noch? Wo denn? Ach, das geht doch gar nicht. Wo ist die OB-Töten? Ey, den kenn ich ja gar nicht. Wo ist die Kapsel? Draußen, oder? Ja. Ja. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden gleich. Oh, 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 oh. Alter. Ja klar. Kommt er von hinten wieder. Ja, die sind schon am Stissel, Alter. Hm. Wir haben die gewonnen, oder? Nee, wenn die Zeit unter ist. Also der, der die meisten hat, wenn die Zeit unter glauben ist. Ach so, echt. Krass. Ja. Aber ich glaube, es läuft so lang, bis, äh, bis die letzte Kapsel auch eingenommen ist. Bin mir wirklich sicher gerade. Oh, Mann. Ja, aber jetzt so krass. Ja, jetzt ist Null, ja. Genau. Ja, haben die gewonnen. Da hin, die man schon durch die Einzelne zu hat. Das war's. Rang 18 erreicht. Das war's. Wurstbuden, Assi. Ich spiel auch mit. Ja. Zum Kollegen, oder? Ja. So, 13, 15. So. Oh, guck mal da links. Wer ist dat denn da? Das ist ja Dennis Werter, der sieht ja gut aus. So. Sag. 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 Ich will mal sagen, komm mal wo Tobi ist, ja? Ja, hatte. Guck mal, was ich mir noch für Level 18 lohnen kann in der Zeit. Ja. Ich brauch mehr Credits, ey. Boah, ich hab voll viel. Immer nur 300 oder so. 200, 300 ist so wenig. Ich hab 5.390. Du wirst 1.500. Ja. So, ich wollt mal gucken. Hast du dir Kühlzelle geholt, Feuerbündeln oder Ionenschuss? Nee, ich warte dir auf... Ach, Sperrfeuer. Du gibst es auf Level 24. Krass. Boah. Äh, ich hol mir jetzt exklusiver Schuss. Überläd deine Primäraufung kurzzeitig, damit sie die Sprengstoffbolzen abholen. Ja, hab ich auch grad gelesen. Nice. Zack. Mal gekauft jetzt hier. Sperrfeuer, okay. Ach, Launcher, okay. Ja, krass. Boah, die Armbrust ist bestimmt auch geil, oder? Armbrust feuert abhängig von der Dauer der Ausnahme nur ein oder mehrere Sprengbolzen ab. Von Chewie. Armbrust. Mit welchem Level geht man die denn? Rrrr. Level 32. Ich weiß nicht, was geiler ist. Kühlzelle. Dann wird halt die Erwärmung verhindert. Feuerbündeln oder Ionenschuss, ey. Ionenschuss ist ganz gut. Ja. Bei einem für Fahrzeuge. Ja, das stimmt. Ja. Feuerbündeln. Ich spiel einfach die Runde jetzt so lange, bis der Tobi kommt. Wenn er kommt, dann machen wir den Schnitt hier. Deswegen einfach mal ein Rundchen noch spielen. Hier die Map Tatooine. Ne, ja nicht ganz schön. Okay, probiere ich mal diesen Schuss. Von Benny Boy gekillt, ey. Das ist Drop Zone of Tatooine, wa? Ja. Ich hab auch noch nicht gespielt. Bald ist die Rettungskapsel unter imperialer Kontrolle. Boah, Alter, was war das? Ich hab aber mindestens den Pod eingenommen. Auch den hab ich schon gespielt. Ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, also wir legen das jetzt grad hier vor dem ersten DLC Stolos auf. Okay, also ich hab ein kleines Update von Tobi Nato lassen spielen. Okay. Und will er spielen? Soll das Rundchen hier Ende spielen, dann kommt er. Okay. Also ich glaub der nächste Folge, der beide war in dieser Folge nur zerhältst du dabei. Ja, war doch cool, ey. Zehn Minuten Tobi. Ja, aber im nächsten Episode ist er dabei. Vollwertig. Guck mal, wo sind die die... Alter, ich seh... Ich hör hier... Aber ich seh niemanden. Will echt mal diese... Die ganz hohen Blaster haben. Die haben ja nicht so viel Schuss, aber die sind auf nahe bis ganz tödlich, ey. Ja, es gibt aber... Ich hab schon fast alle Waffen, glaub ich, freigeschaltet. Echt? Boah. Ja, so viel gibt's gar nicht. Es gibt, glaub ich, elf, oder? Kann sein, ja. Ja, aber... Aber ich glaub, die letzte... Die letzte ist, glaub ich... Warte mal, Blaster... Äh... Ich hab... Ich hab auch den... Letzte ist Han Solos Blaster. Okay. Echt? Ja, ja. Also, ne, ne, aber... Die sieht so aus wie Hans. So. Die soll auch sehr gut sein. Zum Tag. Alter. Was hat der da reingesprayen? Keine Ahnung, ja. Ich hab 1,5 gerade. Okay. Ja, die Lobbys in Dropzone sind manchmal echt krass, ne? Ja. Boah, Alter. Ja, aber das Ding ist, wenn man alleine spielt, ist man auch gut. Weil wenn man hier noch nebenbei auskommt, gibt man dort Sachen. Ja. Ist das bei mir so. Ja. Ist halt immer, äh, schwer, ne? Und nebenbei noch am rumchillen erst hier. Boah. Keine Chance, ey. Boah. Boah. Der hat auf jeden Fall einen fetten Bonus drauf, ey. Der hat eben so einen orangenen Schuss gerade gehabt oder sowas. Ja? Ja. Ich oder was? Nein, der Typ eben, der da reingejumpt kam. Ja, der hat echt einen Schuss. Ich auch. Achso. Boah. Ich sehe gar nichts, Mann, ey. Boah. Ich habe gerade zwei geholt, ey. Aber dann kam einer von hinten wieder. Ich könnte auch passen drücken. Aber ich wollte mal den Dings nennen. Den RT, ähm, 79C. Der ist im Nahkampf ja ganz gut, weil der mich sprayt ohne Ende. Mhm. Aber der, der verzieht mega. Ich bin echt hier mit Einzelstoß arbeiten ein bisschen. Ja. Der RT, ja. Den nehme ich auch mal jetzt. Das ist halt so wie eine MG irgendwie, ne? Boah, der Benny. Boah, ja. Was ist denn los mit dem? Keine Ahnung, ne? 31, 32, 3. Wie der das macht, weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Der jumpt hier die ganze Zeit durch die Map. Ah, ey. Ja, weil... Du hast natürlich als Rebell hier enorme Vorteile, ne? Wegen der Rüstung. Ja, Tarnung, ne? Der Benny Boy ist ja krass. Also wenn der wirklich klar spielt, dann Respekt. Ja, der killt mich immer. Ich kann den gar nicht killen, ey. Der hat halt exklusiver Schuss drauf, ne? Dann haut alle weg, ey. Ich hab dir eingenommen, die Kapsel. Wir sichern das Gebiet im Bereich dieser Rettungskapsel. Oh. Alter. Boah, ich hab mich mit dem Benny Boy grad mega gebettelt. Oh. 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 Ey. Du machst halt mega Schaden damit, ne? Mhm. Ja, glaub ich. Kannst du ja die Sternkarte von mir nehmen, denn dann hast du die auch. Oh, warte. Muss ich mal eben kurz den Partner reinhauen. Den mach ich, wenn ich tot bin. Ja, ich nehm jetzt auch mal den normalen Blaster. Ich hab übernommen. Ich bin zwar tot, aber ich hab noch übernommen. Oh, der Tobi ist wieder in Lobby. Okay, cool. Okay. Ist eigentlich ein Voice-Shap bei Battlefront? Was denn? Voice-Shap bei Battlefront gibt's. Boah, hab ich noch nie gehört. Auch nicht. Boah, Alter. Guck mal, der Benny Boy hat glaub ich die Waffe, die ich hab, ey. Ja. Den schnellen da, ne? Ja. Aber der hat mega... Also... Boah, Alter. Das ist krass. Das ist gut, ey. Das ist gut, ey. Die ganze Zeit durch die Map und alles, ne? Okay, ich hab den Pot eingenommen. Nice. Super, super. Ja, er holt mich weg, Alter. Klar. Steht der mit ihm, Alter. Oh, hinten hinten. Scheiße. Immer nach hinten gucken, ey. Direkt beim Pot. Aber die Kriege ist eigentlich gar nicht so gut. Aber die Kriege ist eigentlich gar nicht so gut. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Rettungskapsel dem Feind in die Hände fällt. Schlag die Rebellen zurück. Schnell! Ja, 3-0 haben wir leider. Schade. Boah, shit, Alter. Was war das denn? Ein Pulskanal. So, krass. Die für 3-0 hat sich jetzt erst mal... Ey, wie kann man denn so schnell mit der Waffe töten? Ich dachte immer, die ist nicht so, dass man so schnell so viel Schaden machen kann. Aber der Benni, der holt einen raus, ja. Oh, shit, Alter. Unsere Suchdroiden haben noch eine Rettungskapsel geordnet. Sofort vorrücken und sichern. Nein, da haben wir noch, oder? Oh, shit, Alter. Die Rettungskapsel fällt gleich in Rebellen. Krass, krass, krass. Ja, machst du halt nix, ne? Ey, Tobi ist schon wieder drin, hier. Ja. Nice. Oh, ich hab den Benni-Boy getötet. Jaaaa! Ich glaube, in der nächsten Episode werden wir mal einen anderen Modus spielen, ne? Ja, 50-6 hat der, ey. Ja, das ist zu krass. Ganz ehrlich, wie macht der das denn, ey? 50. Alter. Der hat mega gut ist. Der hat mega gut ist. Ey, wo der hat keine Ahnung was machen müssen, ne? Der jumpt hier auf die ganze Zeit rum mit seinem Jump-Pack irgendwie, ne? Ja, bei mir dauert das nur verlangen, bis das aufbremst. Ich weiß ja nicht, welches Rebell ist. Hm. Schade, ey. Aber gut, bei so einem Spieler kannst du natürlich nicht viel machen, ne? Ja. Der 13-18. Guck mal, der Kontrast. Ja. War toll. Krasser Spieler auf jeden Fall. Ja, in der nächsten Folge deine Tobi komplett wieder herbei und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge von Berfa und die gibt's dann natürlich morgen. Ah! Was ist das denn ein schöner Boy, ja? Was ist das denn da mit der Mache? Wir sehen uns, liebe Freunde. Danke fürs Busehen. Was gut, ihr Lieben. mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns halt. TWEN.